Hallo und herzlich willkommen zum Input-Video-Zinsrechnung mit dem TKP der Kompetenz Zinsen E8. Heute lernst du, wie man Zinsrechnungen mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Numbers macht. Als Beispiel haben wir ein Kapital von 600 Euro und einen Zinssatz von 1,4%. Nun kannst du die Zinsen durch eine einfache Formel errechnen. A2 mal B2 geteilt durch 100 ergibt 8,40 Euro. Wie du sehen kannst, habe ich hier noch eine Spalte in der Zeile freigelassen. Hier kannst du die Laufzeit in Tagen eintragen. Als Beispiel nehme ich 125 Tage. Da die Formel nun nicht mehr stimmt, musst du diese ein klein wenig umändern. Hierfür rechnest du mit der bisherigen Formel mal C2, geteilt durch alle Tage im Jahr, also 360. Das Ergebnis ist 2,92 Euro. Das war's mit dem Input-Video. Viel Spaß beim Lernen!